Das war gerade ein Typ mit dem Molotow. Wieso seid ihr hier drinnen? Weil der noch mehr kam. Die Folge im Flugzeug. Aber, Melvin, die ist klar, der mit dem Molotow, der wirft einen Tennisball, der brennt. Warte mal! Idee! Kleidung! Ich glaube, man kann wirklich Tennisbälle anzünden. Ich habe aber keinen dabei. Ja, das probiere ich nächstes Mal aus. Komm doch her! Komm doch! Oh, der betet, er betet! Der Molotow-Typ betet. Dann tötet ihn! Oder kann ich den abschießen? Ich habe... Bleibt mal stehen. Ja! Ja! Ohohoho! Headshot! Oha. Sonst ist keiner zu blöd. Ich muss mal kurz nach hinten. Ich bin mal kurz Nummer Afka. Okay. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich das hier mache? Schade, du fällst nicht runter. Alter! Werb doch stehen, du! Ist du jetzt erst, wenn ich den werfe? Keine Ahnung, aber ich bin jetzt weg. Ich auch! Alter! Hey, warte, was? 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 Ich helf dir! Alter! Was macht ihr denn? Ich bin zu low, Alter! Ich bin zu low! Sitzt ihr da auf dem Aussichtsturm? Euch verfolgt niemand, keine Sorge. Och, dank! Was? Ich lasse mich jetzt noch unter am Teich. So. Hier, aber jetzt, das Holz von dort hinten möchten wir mal holen, wa? Jetzt bin ich mal wirklich Afka. Okay. Seibert, wir holen jetzt das Holz von da hinten. Doch, mach mal Tor auf. Wo bist du? Ja, ich muss aber erst essen. Ich muss erst essen. Ich bin voll low. Ich auch. Boah, das wär ja jetzt so verschwendet, das Holz. Ist so, also. Let's go! Du nimmst den Wagen. Ja. Und du passt auf, dass keiner kommt. Warte, ich rüsste schon mal Dynamit aus. Der eh, der ehne Wagen wird mir reichen. Benni, komm, Alter, ich springe in die Bett. Dynamit schon in der Hand. Ja, das bringt nicht viel. Da machst du ja nur noch mehr Holz. Ich hör' die aber schon. Ja, ich hab auch schon ihn gehört. Noch mehr Holz irgendwo? Ja, hier. Ja, auch. Ich warte, ich helfe mal mit. Alter! Was war denn das für ein Arsch? Bissi! Alter, du mit deiner. Bissi! Bissi! Oh, hier liegt noch ein masses Holz rum. Alter! Alter! Typ! Ich glaub, ich war noch nicht genug vollgeregt. Ey, das Holz klott bis hier runter zum Segelschiff. Wir brauchen noch einen zweiten Wagen. Ey, was ist mit dir schon wieder los? Du liegst schon wieder auf der faulen Haut. Du kannst mich wieder holen. Ja, warte, ich hab' gerade genau ausdauert. Ich hab' Holz auf den Schultern. Mal, ich hör'n, ob sie mich fräsen. Ein kurzes Sodatrinken hier. Sind die bei dir? Ach, nee, äh. Nee. Du liegst etwas merkwürdig da. Ach, Gott. Danke, dass du mich hochholst. Gehst du noch schnell einen Wagen holen? Das Holz reicht hinten, äh, der Wagen hier reicht hinten und vorne hier auch ist der schon voll. Ist hier der Typ noch? Weil unten am, komm mal mit. Ja, ich muss kurz Püren essen. Hm, hier unten am Wasser liegen nämlich auch noch vier, fünf Holzstämme. Also hier an der Klippe. Warte, ich nehm' schon mal zwei mit. Wir müssen unbedingt die Mauer fertig kriegen. Ist ja nicht mal normal hier. Und danach bauen wir nur nicht vor den Eingängen Barrieren und Fallen auf. Nur das und dann wird, äh, kann jeder sein Haus bauen. Wieder eine Wand fertig. Jo, darf ich eventuell hier, ähm, bei unserem Lager mal so Steinlager und so aufbauen? Ähm, kannst du gerne machen, aber warte mal. Wir müssen erst mal gucken, wo jeder sein Haus bauen möchte. Ja, nur hier einmal kurz in die Mitte, da wo auch die... Naja, gut, das können wir ja dann später wieder entfernen. Wo sind meine Holzlatten? Hängen die hier lang? Kein Plan. Hat die Ena verbaut? Och, nee, bitte. Naja, da muss ich mir neu holen. Entschuldigung. Entschuldigung, das ist heiß, dein Mauer. Ihr brüllt, Ena. Bin wieder voll live. Hast du noch Knochenrüstung? Ich hab gar nichts dabei. Ich bin gerade dabei, mir die Gulli-Gulli-Rüstung zu machen. Wohaus braucht man die denn? Aus Echsenhaut und... Äh, Blätter. Stämme holen und wechseln. Ach, du hast die zwei. Oh, Stoff. Stoff. Ich würde dann sagen, dann spreche ich gleich wieder ein Stück weiter. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo am besten. Damit ich schon viel weghau. Oh Mist, ich verdurste. Ich hab's gerade gemerkt. Yo, Ike, aber da, wo die drei noch fehlen, hinmachen, dann haben wir wieder ein Stück fern. Wo hinten dann hier, wo die drei fehlen. Das ist egal, wohin. Wir müssen so oder so komplett rum umbauen. Ich würde sagen, dein im Waldstück, weil da ist noch viel Wald. Aber meine Holzbank steht noch, komischerweise, die ich hingelegt hab. Gott. Ähm, wir hatten auf jeden Fall Besuch hier drinnen. Was für ein Ding? Hä? Du hast bei mir einen zerstört, wo keiner war bei mir. Echse. Ja, ja. Habste. Hi, Kumpel. Haut. Heik, ich hab wieder eine Echse. Ja, äh, die Echsenhaut behalten. Ich dachte, wir machen erst die an, die die Gelegenheit so gut ist. Ne, ne, also, ähm, wenn du die jetzt als erstes machen willst, dann mach dir die einfach. Nein, nur, ich hab dir halt nur gerade welche gefunden. Deswegen. Da hatte ich gerade die meine bereit. Weil wir dann einen neuen Freund. Ich hab den Freund aufs Haus gelegt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Der war so ganz, der war so ganz alleine bei uns hier in der Ecke. Deswegen dachte ich mir, naja, meld es. Ich bin jetzt im Teich. Jetzt können wir da nicht mehr draus trinken. Toll. Doch, mit ein bisschen Aromen. Uah. Das ist bestimmt auch so einer, der sich ewig in die Gewaschen hat. Oh Gott. Na ja, wie die aussehen. Oh, hier lernt noch ein Halsstamm. Mein Name. Kunamatata. Also jetzt da hinten fällt. So, ich hol die Wagen. Mach das. Mach. Oh, da stimmt gleich auch noch, Dynamit. Und Freu- Freunde. Eie. Ja. Schuss Kloster. Der ist über die Mauer gesprungen. Der hat sie voll rübergepackt. Tschüss. Tschüss. Sitzen wir jetzt hier alle fest. Ja. Schöner Folgenstalt. Die sind nicht mal auf uns gepriesen, sondern auf den Cyber. Wir könnten eigentlich runtergehen und bauen. Runter mit dir. In die Ecke. In die Ecke. Toll, jetzt hat der Ende mich angeguckt. Hört auf, uns da anzugucken. Alter. Ähm. Ich glaube, die haben was gerufen. Da hinten. Hallo. Gut, wenn ich es jetzt stampfen höre, dann war er weg. Oh. Ähm. Ähm. Ja. Ich gehe nicht mehr runter. Alter, wie viele sind hier? Können die Bäume kaputt machen? Nein. Nur der dicke Klops. Ach, dann, äh. Ja. Wenn sie jetzt gerufen haben, sind wir am ABC. Was ist mit C, du? Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Komm, bitte. Bleib da stehen. Schön stehen bleiben, ja. Oh, Arschloch. Egal, wenigstens Lena. Komm. Was? Wir fallen gleich hier runter. Ich, ich. Toll. Ich bin so kacke. Scheiße. Hast du aus Versehen? Er hat vor Angst in dieser Hose gemacht. Guck mal, der ist schwarz. Eine neue Art, äh, äh, Kannibale. Hä? Okay. Die beten doch hier das Seilbott an. Der ist doch rot. Die beten. Komm. Jetzt roh. Warte. Die beten mich an, Alter. Ich bin ein Gott, du sollst mich ausbretten, Bruder. Bruder. Was ist das? Wow. Ja. Ich sag, du will, wenn. Äh. Jetzt fliech. Äh. Ne, bei dir. Hinter dir. Achtung. Ja, ja. Ich wollte eigentlich nur helfen. Ja, ich brauche jetzt wieder neue Knochenwürstung. Toll. Verreckt. Ich habe es in Kauf genommen, dass ich zwei Teile verliere. Jo, Alk. In dem Körbchen sind Knochen. Ja, ich mache das aber einfacher. Ja, im Körbchen sind Knochen. Ja, ne, ne. Ich mache hier, ja, schnell. Feuer. Das ist ja nicht so, dass einst Ike doof ist, ne? Ich sage nicht, ich will. Was? Nichts. Was? Nichts. Nichts. Will ich hoffen. Nichts. Wieso geht das hier nicht? Da kann ich nichts. Da kann ich nichts. Was denn? Was denn? Der ist hochgeflogen. Wer ist hochgeflogen? Der Stein, der Stein, den hat draufgefallen. Vogel, 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 vogel. Aber warum geht das hier nicht kaputt? Was? Was machst du hier schon wieder, Ike? Hä? Hä? Was machst du? Das geht nicht kaputt hier, was hier steht. Was ist? Was steht hier? Da steht gar nichts. Da steht nichts. Doch, hier steht so ein langer Stab mit einem Dreieck oben. Mit einem Dreieck? Ja. Lasst mich doch alle in Ruhe, ihr mockt mich doch bloß. Nein. Nein. Du bist schon verrückt. Im Wald. Du bist nicht. Uga, uga. Oh, hier ist noch einmal zum Verbrennen. Das ist deine Freundin, okay? Das war... Ja. Okay. Da ist auf einmal Totenstille. Weil alle tot sind. Dann mach mal Mund-zu-Mund-Beatmung. Bei denen doch nicht. Hallo. Du, die nächste, die ins Haus und da fliegen Fliegen dran rum. Ausnahmen. Ah, okay. Nur Ausnahmen. Okay. Sicher? Weiß ich nicht. Meine Knochen. Ah, so. Wo geht's weiter hier drüben? Ich hab Melvin Knochen geklaut. Oh, Mann. Hier hinten ist ja auch noch ein Tor. Ich bin ein Knochenmensch. Hu hu hu. Du Skelett. Schau mal. Hu hu hu. Hu hu hu. Weg hier. Hu hu hu. Aber selber. Komm, ich fahr dich. Fahr los. Hä? Komm, warte. Hu hu hu. Ja, da fahr ich jetzt nicht mehr. Wo? Zu mir? Nein. In den See. Ach so. Jo, ich f... Lass mal wieder da oben. Wir hatten schon wieder Besuch, Alter. Dass das Besuch immer so unhöflich ist. Sind halt berühmt. Aber der Besuch ist immer so unhöflich. Die stellen uns immer so... ...Zombie-Puppen ins Haus. Ich stell jemanden Selbstverträs von sich hier rein. Der Melvin, der will halt was zu spielen haben. Oh, Zombie-Puppen. Deswegen ladet der die immer zu uns ein. Hä? Stimmt doch gar nicht. Doch, bei Roller. Fertig gebaut. Nicht fertig gebaut. Hey. Wunder gesprungen. Hu hu. Wo? Wo gibt's die Bäume? Pillen genommen. Oh, ich hab Haarspray. Also wenn du aus der Base rausgehst, hast du mehr als genug Bäume. Stämme. Wow. Also wenn du Stämme willst, das lässt dich einrichten. Ich fäll' die schon so, dass ihr die eigentlich nur aufsammeln und... ...Dings machen braucht. Warte ich, Herr Schmidt. Nee, nee. Ich muss ja so tun, als würde ich was machen. Deswegen. Ach so. Ach so. Äh... Wo werf ich die denn mal hin? Damit du mir nicht sagen kannst, dass ich nichts machen würde. Also ich seh deinen Namen nicht schrummlaufen, oder? Wollte ich schon mal so... BAUFELD! BAUFELD! Nö. Das ist ne eiskalte Lüge, Alk! Nö, ich steh mit nem Rücken... ...ladenott, mit nem Rücken zu euch. Das war so klar, dass jetzt sowas kommt. Wow, also... Wer hat das Tor hier gemacht? Ich nicht. Welches? Welches denn? Das... Warte komm mal hier hoch... Guck mal kurz. Nur kurz. Ja? Ja gut, Maven. Das ist eine Herausforderung für dich. Oh wow! So lange dauert es nicht mehr, dann ist die Maus fertig. Bist du dir sicher? Jetzt kann ich nicht mehr. Nein, bin ich nicht. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Was? Ich wollte schon sagen, ich habe was gehört. Das wird noch, wir haben ja noch Zeit. Es kommt noch. Jaja, also die Mauer möchte fertig sein, wenn Mutanten kommen. Ansonsten ziehe ich aus. Wollt ihr sehen? Irgendwohin, wo ich sicher bin. Zieh den Frauen. Also zu Sissy, oder wie? Ne, auf eine Insel ziehe ich dann. Mit Pallenwedlern. Oh ja, die obenrum nackig sind. Ganz weibliche sind gerne. Das auf jeden Fall. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.